Und vor allem habe ich noch eine Rechnung offen mit demjenigen, der mich in diese Lage gebracht hat. Diesen Typen mit der seltsamen Roboterstimme, der mich gerade eben, der gerade meinen Tod auf den Plan gerufen hat. Der will, dass ich sterbe. Schick dir seine Jägerdrohnen auf mich. Ja, super. Zeig ihm, was eine Jägerdrohne ist. Vor allem da hinten, ne? Hier war doch eine. Ich mache jetzt einfach den Spells Kill of Final Death Solution von hinten. Ah, mein Freund. Hier hast du schon mal deinen Grab gesteckt. Und jetzt komme ich Super Kill. Stierp, stirp, 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 stirp. Oh, er schießt mit Plasma wieder. Diese kack Plasma-Kanonen. Und er hat einen Traum für mich. Ja, super. Hallo? Ist da jemand? Nein. Guck mal, jetzt haben sie wieder alles heile gemacht, oder was? Haben sie sogar die Holzwand repariert hier. Weißt du, den Exhibitionisten schicken sie weg und machen da das Haus wieder heile. Drecksäcke. Aber euch kriege ich noch. Und die Frage ist, wo muss ich hin? Da oben ist die Kamera, die mich beobachtet. Hey, du! Hey! Sprich mit mir! Ich weiß ganz genau, dass du mich siehst und mich beobachtest. Moment mal, mein Freundchen. Da haut der einfach kacken, dreist mir nichts, dir nichts ab und verschwindet hier über die Baumkrone. Das gibt's nicht. Da hat jemand seine Rechnung nicht mit Kurando gemacht. Lässt er mich hier einfach im Regen stehen? Wie dreist sind denn die Leute, beziehungsweise Roboter von heute? Nicht wahr, kleine Jägerdrohne dort oben, tänzelnd auf der Baumkrone? Hä? Drecksau. Mann, aber ich habe ja jetzt ein neues Jagdmesser, was mein Selbstbewusstsein in himmlische Höhen jagt. Und mit dem werde ich mich jetzt in John-Rambo-Manie hier durchs Dickicht schlagen. Und ihm von hinten die Zündkabel durchschneiden. Wow, bin ich ein Fiesling. Wobei, warum kämpfen, wenn ich einfach... ...ein Kampf aus dem Weg gehen kann? Genau, liebe Leute, das solltet ihr auch tun. Warum kämpfen? Warum kämpfen? Man geht einfach dran vorbei. Wer will den Ärger? Wer will den Streit? Wir wollen doch nie Liebe und Harmonie. Auch wenn wir ein Jagdmesser haben. Der friedliche Weg ist immer der beste Weg. Das sage ich, das predige ich. Und dazu stehe ich auch. Ne? So, deshalb gehen wir hier einfach mal außen lang. Und das Teil ist hier hochgeflogen irgendwo, ne? Irgendwo die Berge hoch. Wir werden es schon finden. Auch wenn ich hier noch tagelang rumsuchen muss. Mir ist vollkommen scheißegal. Solange Christian nicht da ist, ist doch alles sowieso total easy. Und das war jetzt... Da muss ich erst mal ein Stück Fein verstrifeln. Oh, nee, ne? Mein Jagdmesser ist also kaputt. Dadurch, dass ich in Laub gehauen habe. Mein Jagdmesser ist am Laub zerbrochen. Aha. Hm. Toll, ja, dann habe ich halt Samen, mit denen ich kämpfen kann. Ist ja okay, dann kämpfe ich halt zukünftig mit Samen, wenn man das so will. Habe ich kein Problem mit. Oder doch, oder doch, oder doch. Scheiße, jetzt habe ich Samen in der Hand und muss gegen so ein... Nein, nicht töten, nicht töten, nicht töten, nicht töten, nicht töten. Ich habe Samen, ich habe Samen in der Hand. Bitte, bitte, bitte lass mich, lass mich am Leben. Ich habe gerade eine super mörderische Killerjagddrohne mit Samen totgeschlagen. Ja. So viel dazu, zu Minecraft und, ja, Samen als Waffe benutzen. Natürlich Samen, mit denen man Pflanzen pflanzt. Ich rede jetzt nicht von anderen. Ich weiß, ihr versteht oft andere Sachen, aber dann missinterpretiert ihr das Gesagte. Ne? Nur damit ihr das richtig versteht. Ja? Und da ist... Tempel, oder was? Ach, cool. Ach, es gibt ja... Es gibt ja auch bei Minecraft jetzt so Jummel-Tempel und sowas. Das ist geil eigentlich. Da habe ich jetzt auch voll Bock drauf, das hier zu erforschen. Vor allem kein Christian, der irgendwas sagt, Oh, mein Penny! Mein Penny! Was? Ist das denn mein Penny? Hä? Hast du mein Penny gesagt? Kein Christian. Dreck oder so, ne? Und ich bin... Oh mein Gott. Das ist eine Schatzkiste. Das ist ja schöner als die Geburt meiner fünf Kinder. Der Anblick dieser Kiste. Oh mein, liebe Leute. Bitte lasst dort drin irgendwas zu essen sein. Das... Ra... R... Ich... Wuuu... Kann mal jemand bitte ganz kurz hier so ein episches Zelda-Geräusch machen, wenn ich die Kiste öffne? Das müssen wir ja besser in Szene setzen, denn ich hab... Ich hab gerade den Jackpot hier gekriegt. Das gibt's doch gar nicht. Maske des Dschungelkönigs? Königlicher Schuppenhanisch? Königliches Schuppenbeinkleid... Schriefel des Dschungelkönigs? Bogen und Eisenscheiben? Kranke Scheiße, Mann. Kranke Scheiße, Mann. Sein Pfand gibt sowas bei Minecraft. Alter, das Spiel ist so geil. Ich liebe es. Kann ich das anziehen? Weg damit mit Leder... Weg! Ich will dich nicht. Ich will Maske des Dschungelkönigs... Ist das geil! Königlicher Schuppenmanisch? Oh! Boah, ein Sixpack wie im realen Leben. Genauso wie ein königliches Schuppenkleid wie im realen Leben. Und... Geil! Stiefel des Dschungelkönigs! Wenn ich nicht mehr jetzt der Superpimp bin, dann weiß ich auch nicht. Und was ist denn das? Eisenscheiben? Kann er mit was machen? Aber er hat mir hier den Baum schlechter. Der ist auch nicht zu verachten, ne? Geil! Geile Scheiße! Damit kann ich auch endlich mal was kaputt schlagen, ne? Geil. Ja, geil. Hammer. Und was ist denn ein Eisenscheib? Oh! Oh! Äh... Endgeil. Die bleiben sogar hängen. Da kann ich ja sogar meinen Namen in die Wand schießen. Aber ich soll darauf achten, ich hab mich unendlich, ne? Kann man die einsammeln wieder? Man kann die einsammeln? Oh, Mann. Wir sind gerettet. Code weg aus dem Inventar. Wir haben Eisenscheiben. Und, ey, ohne Witz. Ich glaub, ich brauch nix mehr als Eisenscheiben hier. Also Eisenscheiben, ne? Ich weiß, ihr versteht immer was anderes. Okay, gut. Ähm, Baum schlechter, Bogen- und Eisenscheibe. Äh, ich bleib bei den Scheiben. Die sind so cool. Und meine Rüstung. Guckt euch die doch mal an. Das ist... Ich hab gerade ein bisschen Freudentränen in den Augen. Das könnt ihr jetzt leider nicht sehen. Aber... Ich wollte nur, dass ihr wisst, dass es so ist. Ne? Also, auch ein starker Mann darf mal meinen. Vor allem aus Freude. Das darf man. Das erlaub ich mir jetzt einfach mal. Und genauso erlaube ich mir jetzt hier auf diesen Berg zu steigen. Denn ich will diesen kleinen Roboter-Kamera-dreckigen Stück Scheiße-Ding einfach mal einen kräftigen Arschtritt oder einen kräftigen Eisenscheiben-Superflug in den Kopf anbieten. Und deshalb muss ich jetzt hier hoch. Ja. Ohne Regen ist das auch alles eine Stufe leichter. Auch wenn mir das alles nicht so ganz cool fällt hier. Also, ich find die Situation hier ein bisschen befremdlich. Das ist vielleicht... Liegt auch daran, dass ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen muss, ohne Christian hier zu sein. Aber ich tu mich in der Sache eigentlich ganz gut. Und ich fühl mich auch sehr gut. Siehst du auch? Ne? Also, es ist... Es ist schon um Weitem besser. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch so steht, wie ihr das findet. Aber doch ganz gut. Mal nicht hier diese Laberei, ne? Oh! Ja! Aber das... Aber ich habe Eisenscheiben! Du Assi! Du Robo-Assi! Oh! Alter! Ich hab Eisenscheiben! Ich benutze sie auch! Und ich streffe sie! Oh! Oder auch doch! Hahaha! Boah, cool! Das ist ja wie hier das Kriegschakram von Xena! Ich fühl mich grad richtig wie Xena, nur mit... Äh... Ne? Ja. Ohne Busen und mit mehr dran. Ähm... Ja, gut. Wie komm ich denn jetzt hier... Gott sei Dank kann man an den Jahren klettern. Weil sonst hätte ich hier ein Problem. Sonst hätte ich mich hier hochbauen müssen. Das ist ja jetzt ein bisschen schwierig, ne? Aber ich habe ja meinen Baum schlechter. Dann wollen wir erst mal hier ein bisschen grünes Blut fließen lassen. Hahaha! Scheiß auf Greenpeace! Ich schlachte alles weg! Jawohl, ja! Jetzt lass mich doch hoch! Ich hänge hier fest. Warte. Mh! Kann man nicht hier so X-Sprünge machen? Geht das nicht? Doch, es geht. Na Gott sei Dank! Na Gott sei Dank! Geh doch! Mann! Ah! Ah! Das war jetzt ein bisschen... Ein bisschen Fehl am Platsche, dieser Stöhner. Warte mal, ich muss mal kurz was essen. Ah, nein, Mann! Lass mich in Ruhe! Ich habe Eisenscheiben! Wow! Ist mein Trank aber runtergeflogen. Nicht wahr, Schweinchen? Kriegt das weg? Kriegt das... Kann man das treffen von hier? Das muss ich jetzt schaffen. Boah! Vor allem ist es dann noch entflohen und hatte dann halt so noch hinten in der Hüfte so eine Eisenscheibe und dann leidet es jetzt bis in den Totenfall. Nein, das ist nicht lustig. Ihr müsst wissen, der Dschungel, der bereitet mir einiges an Sorgen. Also ich befinde mich gerade schon in so einer Anfangsphase des Dschungelkollers. Und da redet man manchmal so Sachen, die man eigentlich gar nicht sagen will, die man nicht so meint. Aber es kommt halt einfach raus. Raus, ne? Das ist manchmal so. Nicht wahr, Jäger-Drumme. Genau so. Also wenn ich jetzt Unsinn rede, dann nehmt es mir bitte nicht übel. Schreibt es dann einfach in die Kommentare. Schreibt einfach, du bist der letzte Drecks-Assi und ich verstehe das. Das ist okay. Ihr dürft das. Ihr dürft eh alles eigentlich, ne? Und ich darf auch... Was ist denn das? Ist das der Anus vom Baum? Das kommt mir doch... Das kommt mir doch äußerst verdächtig vor. Vor allem noch verdächtiger kommt mir vor, dass hier mehrere Jagddrohnen aufeinander herumlungern hier fast schon. Dafür habe ich ja meinen Bogen. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich auch treffe. Aber meine Bogenskills sind wirklich unverkennbar. Und irgendwie habe ich seit kurzem eine Bärenkraft. Ich mache die ja einfach so platt. Was ist denn das für ein super geiler Bogen? Einfach nur Bogen. Ja, cool. Aber dafür habe ich echt... Die Rüstung ist so geil. Ey, sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist... Das ist ja... Ey, so eine will ich im realen Leben auch haben. Die lasse ich mir anfertigen. Verspreche ich euch. Beim nächsten Video, wo ich mich zeige, trage ich diese Rüstung. Ihr glaubt mir nicht? Was? Warum glaubt ihr mir das nicht? Denkt ihr, ich bin hier nur einer, der große Reden hält, aber nichts hält? Sein Wort nicht hält? Also große Reden hält und nichts hält, ne? So einer bin ich, denkt ihr? Habt ihr recht eigentlich. Habt ihr sogar recht, ja. Scheiße, ne? Ah ja. Ist ein bisschen luft. Ein bisschen luft laufen für mich, aber... Ist halt so. Supersprung. Ich muss da hoch, ne? Das war doch... War das dieser Anusbaum? Ich glaube, ne? Was ist das? Hä? Ich verstehe das nicht. Wow. Boah, ist das mir echt ein bisschen zu gefährlich. Hier, wenn ich einen falschen Schritt hier tue, dann bin ich tot. Das müssen wir wissen. Vor allem, ich laufe ja nur auf Laub. Also das müsste eigentlich unter meinem Gewicht zusammenbrechen. Ich muss eigentlich schon längst hier 10 Kilometer in die Tiefe gestützt werden. Und tot sein. Tot da liegen. Das wäre dramatisch. Denn dann hättet ihr nichts mehr vom Let's Play hier. Denn mein Körper ist ja mit dem PC verbunden. Also mein Organismus. Wenn ich hier in dem Spiel sterben sollte, dann war es das auch mit mir im realen Leben. Das ist traurig, aber das ist auch wirklich so. Deshalb bin ich ja auch immer daran bedacht, hier vorzugehen. Und das alles so gut wie möglich zu machen. Und ich muss jetzt auch gucken, dass ich mal hier vorwärts komme, weil es ist ja sonst eine scheiß langweilige Folge. Nicht, dass es heißt, dass die Folgen sonst nicht scheiß langweilig sind. Aber es ist halt so noch beschissener und noch beschissener langweilig. Ja? So, gut. Genug geredet. Wir müssen erstmal eigentlich die Stille auf uns wirken lassen. Ohne Christian. Hört euch das? Diese Dschungelmusik mag man das schon nennen. Dieses schöne Ambiente an. Wo kleine Katzenbabys mit Scheiben beschworfen werden und sterben. Ist das nicht ein schönes Geräusch? Mann ey, ich drifte hier ein bisschen ins Tierfeindliche ab. Das will ich nicht. Ich bin nämlich ein riesengroßer Tierfreund. Wenn ihr das sehen würdet, was ich hier für ein Zutauser habe. Das ist wirklich unglaublich. 15.000 Hunde. Ich bin so ein Tierhorter. Kennt ihr das? Es gibt ja so Leute, die horten Tiere. Das ist aber auch schon krank. Das ist so ein Tier-Messi-Tun. Da halte ich ja nichts von. Also so einer bin ich nicht. Also ich gebe denen schon Liebe. Also wenn, dann gebe ich denen schon Liebe. Denn Liebe ist der Samen für alles Gute. Das solltet ihr euch merken. Das solltet ihr euch hinter die Ohren schreiben und am besten auch auf die Stirn tätowieren. Das ist wichtig. Äh, ich laufe hier die ganze Zeit im Kreis. Ich kotze gleich. Ich muss da hoch. Ich muss da auch und ich komme da hoch. Das war ein gewackter Sprung. Nur wie komme ich da hoch? Das ist ja der Baum da, ne? Ähm, warte mal. Ich schaffe das, indem ich mir einfach mal die Wipfel nach meinem Gutdünken forme. Und mir das einfach gar nichts bringt, weil ich auf dem falschen Baum bin. Scheiße, ich springe jetzt hier runter. Nicht sterben! Ich springe auch runter. Nicht sterben! Ich esse... Oh, ist schweine Fleisch, weil es so lecker ist! Scheiß Baum, ey! Aber ich... Es scheint so, als hätte ich die ganzen Drohnen zerstört von dieser Erde getillt. Fast schon wie mich gleich. Selbsthilgung nennt man das dann. In dem Falle. So, komm. Ah, da sind noch Experience Points. Nehmen wir es mal hier schön im Anglizismus. So, deine Experience Points klingt auch viel cooler als Erfahrungspunkte. Oder das war nicht? Nicht? Gut. Dann sind es halt zukünftige Erfahrungspunkte. Ich muss jetzt auf diesen Baum. Wie komme ich da hoch? Kann ich da einfach so hochklettern? Ah! Ich komme! Ich komme! Oh Mann, auf diesen Moment habe ich jahrelang gewartet und mich gefreut. Verdammte Scheiße! Ich sterbe ja gleich noch, ey. Ja, aber wenn der da jetzt oben haust, dann hat er selber Schuld, weil er einfach einen überdimensionalen Baumanus geschaffen hat, den man aus 10 Kilometern Entfernung sieht. Das ist ja... Dann hat er selbst Schuld, wenn er gleich meine Klinge im Nacken spürt. Ja, gut. Wie komme ich jetzt weiter hier hoch? Ich denke, das ist okay. Okay, okay. Bin ich jetzt überhaupt noch richtig? Ich weiß gar nicht, wie ich... Ich muss da... Moment mal. Gut. Ich glaube, das wird das erste Mal eine Stundenfolge. Aber damit könnt ihr ja hoffentlich leben. Dann spült einfach vor, bis was passiert. Ihr seht das in der Google... In der YouTube-Vorschau. Ich komme jetzt hier hoch. Ich komme jetzt hoch. Ich hole mir. Ich hole mir, was ich will. Hallo? Mann, ich habe nichts zu bauen. Aber ich komme auch so hoch, wenn ich möchte. Wow. Ist das ein übelst großer Dschungel mit übelst großem Sumpfgebiet direkt daneben und Wüste. Hm, schon okay. Ah, da kommen wir der Sache doch schon ein graumel Stückchen näher. Der Kontrollraum. Also dann... Kaiserlicher Dschungelkönig, kudern, du! Kommt, mein Freund. Stell dich, du Drecksack!